Hey Leute, das ist Let's Play Battlefield 3. Hallo. Diese Runde mit dem kleinen Jakob hier neben mir. Mein kleiner Freund. Nein. Ja genau. Also wir haben jetzt hier in unseren kleinen Koffer eingepackt. Die AN-94. Die M9 Schalldämpfer, Medikit, Defibrillator und Granaten. Die Runde spielen wir auf, keine Ahnung, irgendeine Containerrunde, Containermap mit Team Deathmatch. Und ja, ich würde sagen, wir zufälliger spawnen. Spawnen wir einfach mal. Und wir legen los. Ich hoffe, wir finden gleich ein paar Gegner. Oh, da vorne war einer. Ah. Hey, irgendwie lag doch. Ich hab ihn eliminiert. Irgendwie lag das jetzt mehr irgendwie durch dieses Aufnahmprogramm lagts immer mehr irgendwie. Voll komisch. So, wo sind denn die Leute da? Was für'n Flop, Alter. Hast du Probleme mit meinem LP? LP? Äh, ja, LP. Hast du Probleme damit, hä? Hast du Probleme? Hast du Probleme mit LP? Hast du Probleme mit mir? Nein. So, äh, ich bin leider ein bisschen, bisschen schnupfig, aber... Da vorne war doch einer, ey. Ich hab ihn gesehen! Hey, schau! Alter, wie schlecht war denn der? Alter, der hat mich so angeschaut. Mir hat voll in die Presse geballert. Mir hat irgendwie ein paar Sekunden gebraucht. Warum hast du ihn nicht getötet? Ich hab ihn getötet. So. Ich hab bei der Waffe, muss ich sagen, jetzt schweren Lauf. Dann hab ich noch, äh, man, man, man. Griff. Und... Ja. Ich glaub... Ach, wie dech. Ha! Oida! Die Wanne zu dritt! Oh mein Gott! Ui! O-M-G. O-M-G, Digga. Äh, man, 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 man. Wo sind sie denn? Wir werfen mal Ganade in die Luft. In die Ere. Abonniert mich! In die Ere. Genau, mein Freund hier, das kann ich gleich mal sagen, der hat jetzt auch einen Kanal, weil der kauft sich morgen, ähm, das Aufnahmeprogramm für die Xbox. Ey! Verpiss dich! Was ist das für ne Scheiße! Was für ne Kacke! Der kauft's morgen halt so, ähm, Ding, wie heißt's nochmal. HDPVR. Und dann nimmt der PS3, Xbox und PLPs mit mir so auf und so, ihr wisst ja. Und dann... Alter Mann, ich muss mich konzentrieren. Es lag irgendwie ein bisschen mehr, finde ich, aufnehme. Ach, scheiße. Schnell hinlegen, ich muss meine Uhr unbedingt ausziehen. Ich geh gar nicht. Ich muss mich mal kurz hier anderswohin campen. Und jetzt stützen die Frames ein und ich bin tot. Jetzt lag ich ziemlich schnell meine Uhr aus. Ach, geht, man muss ja laut sein. Ja, geh mal ran an den Pascal. So. Hallo Papus! Ja, hier so Full-Conference-mäßig. Ja, nee, nee, schau auf! Battlefield! Yeah! Hier so Full-Pascal, ne? Battlefield! Ja, der Junge ist schon ein bisschen verrückt, aber mei. Ähm, Klammern! Papus-Party! Papus-Party! Die kommt auch noch vorbei, oder was? Ja, der Junge ist schon ein bisschen verrückt, aber mei. Ja, bis gleich. Oh mein Gott! Triple-Komment! Das ist so einmalig! Gut, dann werden wir gleich zu dritt sein, damit das eine noch lustigere Runde. Ihr wisst ja, lustig. Alter, wie sie alle an einem Ort campen! Also ich kaufe mir ja morgen das Aufnahmegerät und Benne. Ja, aber du mal ein bisschen, ne? Ja, aber du mal ein bisschen. Und dann würde ich die Folgen auch gleich morgen machen. Vielleicht sogar mit dem Justin, ich weiß ja noch nicht, was wir machen wollen. Ihr wisst ja, ohne den J die Power geht gar nichts! Doch, nein! Ja, und dann könnt ihr mich jetzt schon abonnieren, wenn ihr wollt. Mein Kanal heißt J-Mor. Also ohne E, nur M-O-R. Ja, also J-A-Y-M-O-R und dann L-P natürlich. Wieso heiße ich so? Weil J, keine Ahnung, Jacob, keine Ahnung, Abkürzung halt. Und M-O-R, weil mein Freund mitmacht. Und ich bin nicht in dem Namen im Begriffen. Nein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieso bin ich so scheiße? Halt die Begriffe! Wieso? Ja, und dann wollen wir aufnehmen, ne? Und ihr könnt uns jetzt schon abonnieren, dann freuen wir uns. Und wir haben natürlich mehr Alarm dabei. Wir haben schon 3 Abonnenten. Mich und noch einen anderen. Oh! Ja. Sieh, voll Schleichwerbung. Ja, Alter, hör mal auf mit deiner kleinen... Boah, aber pisst euch mal! Der macht dich fertig. Ja. So eine hässliche Nubel! Ey, ich raste so aus, weil es lackt irgendwie viel mehr, find ich. Gestern hab ich Team Deathmatch Crack Island gezuckt, gell? Das ist halt auch so Container-Map und so, wenn du Team Deathmatch machst. Oh, Hila! Ich hab irgendwie so ein paar Kids hintereinander gemacht, aber die schnetzeln mich hier ab. Okay, das kann ich verstehen. Aber die schnetzeln mich hier ab wie so ein kleines Schweinchen. Ich hab halt Service-Star, ne? Service-Star. Was hast du? Service-Star. Sonst kriegst du empfiehle Punkte, weil du endgut bist. Du bist gut. Ja, ich kenn auch was. Ja. Ja! Bam! Cobra! Oh mein Gott! Ich liebe dieses Visier! Warum kann ich dir nicht mal wiederbeleben, okay? Jetzt rede du mal wieder. Ja, ein Rotpump-Visier. Wunderschön. Ja, ja. Wir würden dann vielleicht mit dem Justine dann auch Minecraft für die Xbox aufnehmen. Oh, wir müssen das uns erst kaufen. Das haben wir natürlich noch nicht. Ja, das ist natürlich alles sehr schlecht. Geh, ich hab gestern mit deinem Freund, vielleicht mach ich das auch noch, nehm ich das auch auf, MV3 Online Split-Screen. Zu zweit ist auch sehr nice. Mit deinem Freund. Mit meinem Freund. Und ich hatte an einem, ich hatte in einem Spiel eine sagenhafte KD von 4,01. Alter Mann! Du bist so ein ätzender Ohr, Bro. Aber ich zeig dich immer noch ins Blitzkrieg, du Affe. Ja, ja. Ja, ja. Nur weil du Cam bist. Ja, ja, genau. Ich bin dein kleiner Camper und so. Ah! Nein, das war endgeil. Ich hatte AH6 in der Rache. Ja, ja, genau. Mhm, genau. Fick dich. Fick dich! Fick dich! Einer, wie du es nicht schaffst. Ja, hallo? Die Waffe verzieht bis zum geht nicht mehr, aber die ist halt so geil. Ich kenne voll gut Englisch, meine Leute. Ihr solltet mich allein wegen meinem Englisch abonnieren. Äh, nein. Der war schlecht. Eher de-abonnieren. Oh mein Gott, der kann ich Englisch. Ich werde ihn de-abonnieren. Jetzt zockt nur mal Runde. Er zockt hier gerade einmal. Ah! Gott! Er zockt hier gerade einmal. Es war so ne Nudel. So ne Nudel. So ne Nudel, Mann! So ne Nudel! So schwarz, die! Ja, Justin hält sich eigentlich zurück, sonst ist er mal hart am Limit. Hart am Limit, genau. Weißt du? Ich raute euch das Video an. Hart am Limit. Ich soll es wirklich mal so ein Video machen. Hart am Limit. Das ist echt geiles von Dinge. Was hart am Limit? Kenntest du das Video hart am Limit? Nein, weil ich die ganze Zeit getötet werde! Hart am Limit. Justin, da ist hart am Limit. Ich bin ein Minipig! Ich bin was tut. Okay. Sind hier hart am. Eh, Grenze nicht hart am Limit. Der Schwuchtplatz ist ausgedaucht. Hart am Limit. Ähm Ding, Eretrix. Ich bin hart am Limit! Das war endkrasse, was er da gesagt hat. Naja. n es gibt es doch nie in die Umgebung kann ja nur weil sie so lacht wegen aufnimmt für Raps in dem Lack ist immer so leicht ich muss glaube ich mal die Quali unterstellen weil das geht einfach nicht ich muss die Quali von Game unterstellen Mann verreckt doch genau und er tut er nicht ich muss andere Waffe ich hab jetzt die genug gezogen wir packen noch unseren Koffer die das war's auch schon AK 74 M was das denn für eine Weppen ach die ist wohl wisst ihr was die kleinen coolen Kinder Pascal ist da, machst du ihn auf dann haben wir nur bitte gedreht d gedreht Alter Alter Leute Alter ich raste langsam hier aus man oh mein Gott das ist halt so verwinkelt die Map ich sollte am besten einen Shotgun nehmen und sie alle weg ballern dass sie sterben jetzt kommt der Papus und der 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 macht mich nieder die Brasgal bitte mach meine Tür zu weil es da hey lass Gamecube zocken sonst kommen die ganzen Fans Nein wir zocken nicht Gamecube wir zocken Toru Gamecube MW3 äh bei der Timeline ist abgelaufen wir sehen uns in der nächsten Folge auf Wiedersehen und tschüss